Sieger 2012, Sieger 2018, beide Male erschlagen von einem Österreicher. Einmal Reichelt, einmal Griechmeier. Es greift hier die Besten an und wie er sie angreift. Alle sind in Position, da bleibt er lange unten, ja ja, das ist gut. Der Lernpegel da oben, knapp erträglich vermutlich, aber natürlich genial, super Tempo, Gegenschwung, volles Risiko. Und nochmal her, ja, passt, passt. Ausfahrtgeschwindigkeit zu entscheidend, ganz voll. Ja, das zählt. Und Schopf. 39, 100. Jetzt aus. Oh, volles. 40. Oh, ach du, das... Oh, da muss er ein wenig nachdrücken. Was kostet. Fertig schon in der Hocke. Perfekt durch. Uah. Sein. Fündigkeit. Und er wird sich ein wenig unruhig, man sieht das dann auch bei ihm. Er kann da schön in Position durchziehen. Uah, super, super, das ist genial, das ist die Bestzeit. Uah, sensationell. Ja, wie nett das immer. Ja, cool. Ja, cool. Vielen Dank.